Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Rabenhorst. Guten Tag, Herr Kaiser. Oh, es schreit. Guck mal zu dir, du hast nämlich in der letzten Folge was gefunden oder gesehen. Ja, aber... Aber? Ist wahrscheinlich nur ein Trailerpark. Boah, ist die Stadt riesig. Ja, super. Also es ist schön. Hier ist viel, was man entdecken kann. Und ich werde mich gleich mal hochframen, da ist noch ein Laden. Lass uns mal irgendwas für die Nacht suchen. Ja. Was hältst du von einem gemütlichen Wohnwagen? Nein. Naja, Wohnwagen bist du beengt nehmen, dann sollst man vielleicht sogar noch ein bisschen looten gehen. Ich glaube, hier links ist so ein zerstörtes... Das ist geil hier. Hier ist Schnee und hier ist Wüste. Beides in einem. Quasi. Einmal vorbeigeschlagen. So, pass mal auf, ich... ...haben 50 Frames in den Dash. Verschütze mich mal kurz. Ja, mach ich. Ich luke mal. Luke, ich bin dein Vater. Einmal kurz spicken. Da war der Kopf ab. Und? Oh, guck mal, kaum bin ich hoch hinaus, ist meine Grafikkarte wieder am Berühren. Du musst die Frames begrenzen, dann passiert das nicht. Ich will das nicht. Du musst die Frames auf 60 begründen. Okay. Außerdem, wenn du dich über laute Grafikkarten bei der Grafikkarte, die ich dir verkauft habe, beschwerst, dann darfst du nicht die 1080i hören. Ist die noch hübscher? Die ist noch hübscher. Die gibt richtig Gas. Okay. Also ein Stadion sehe ich hier nicht. Ja, gut. Wir haben jetzt nicht das... Da hinten noch gucken. Ich weiß noch nicht, was das ist. Also wir haben jetzt 21.20 Uhr. So langsam müssen wir uns auf den... Oh, hier ist ein Shotgun-Messire, wenn ich das richtig sehe. Ja. Einmal Dach, Shotgun-Messire. Wie sieht's aus? Äh, ja. Da hinten ist auch noch ein großes Gebäude. Okay. Und Food Market. Und Crack-A-Book. Hier. Ja, sauber. Dann haben wir doch was. Wollen wir in Crack-A-Book rein oder aufs Dach? Ja, ja, ja. Crack-A-Book rein und dann... Oder wir können auch von oben... Ja, genau. Das hätte ich mir auch gesagt. Lass uns mal suchen, wo hier der Aufstieg ist. Nicht, dass es so kalt wird hier. Naja, gut. Wir können hier ein Feierchen machen. Also hier ist nichts. Ich sehe nichts. Ist hier denn keine Leiter? Oh. Hast du noch Frames? Oder wir machen das mit der Leiter? Scheiße. Jungle Gym. Ey, hier ist ein Boxladen. Ja, das ist doch gut. Dann machen wir doch... Boki, Boki. Hab mal nicht ein Boxladen. Kommst du zu mir? Ja. Ja, ja. Boxladen ist auch wichtig. Wo ist der Crack-A-Book? Setz mal ein Woodframe, bitte. Oh, die sitzt irgendwie falsch. Schüsse. Ja, drin. Na, hier draußen auch. Den hab ich auch so gesehen angelockt. Können wir das so machen mit einem Abstand? Wird das was? Das geht. Ja? Oder lieber den Woodframe-Online weiter entfernen stellen. Nö, das geht. Alles klar. Kannst hochkommen. Sollte. Dann stellen wir den Frame vielleicht... Bevor die hier oben sind, äh, noch schlauer sind. Okay. So, ist hier oben irgendwas. Ach, das ist so ein Mini-Einkaufszentrum hier. Ja, ja, genau. Aber hier ist der Crack-A-Book hier vorne in der Ecke. Das heißt, hier können wir uns durchklopfen. Oh, hier Foodmarked war doch gut. Da waren noch diese speziellen Superkichten. Ach, nee. Spiel! Echt? Wenn direkt mal anzuschneiden. Okay, wo gehen wir rein? Ähm, sag mal was? Hier, wo der... Ähm, warte mal eben gucken, ob hier oben alles clear ist. Weil ich würde ganz warmer. Wieso rennt denn der ist schon? Der Affe. Hier, weil wir 22.05 Uhr haben. Ja, aber wie sieht der mich denn? Hinter dir kommt auch einer. Pass auf, ich schlage mich jetzt... Ich gucke mal ganz kurz, wo der Eingang von Crack-A-Book war. Dann schlage ich mich mal durch die Decke durch. Du, das Aiming habe ich schon gesagt. Okay, gehen wir hier im hinteren Bereich rein, ne? Ja. Okay. Dann tun wir eben die Nester. Oh, das ist aber nicht sonderlich stabil, das Ganze hier. Äh. Hä? Sehe ich das falsch? Was ist denn das hier drunter? Hm. Ist aber richtig, ne? Oder das ist ein Zombie. Hier, wenn du mal von hier kommst. Ja, ja, ich sehe ihn. Der leuchtet auch. Hier an der Tür, der kann... Können wir durchschießen. Könnten wir. Ähm. Ähm. Wieso explosiv? Ich habe keine Ahnung. Auto wahrscheinlich. Ja, Auto. Guck mal hier. Wenn du hier stehst, wo ich stehe, in die Richtung. Da ist ein Zombie. Ja, hier rennt so eine Tante. Komm, wir mal doppelt auf. Komm, wir mal doppelt auf. Ja. Hast du einen besseren Winkel. Geh mal da weg. Ich will dir das nicht unter den Füßen wegschlagen. Ach, das ist alles Holz, ne? Ja. Ja, Pfusch am Bau ist das doch. Aber wieso ist denn so eine Schräge hier drin? Das raffe ich nicht. Hm. Jetzt kannst du. Guck mal, da laufen sie unten. Äh. Ich helfe dir mal ein bisschen. Sag, einer weg. Einer weniger. Die haben mich noch mutig erwischt. Ach, die sind aber auch schnell. Kannst du mal stehen bleiben, Lady? Lady? Wo sind wir hin? Das war's. Jetzt ist sie beleidigt und kommt nie wieder. Ja. Scheiße. Leitern setzen. Hm. Dass die hochkommen. Ja, zum Beispiel. Ja, du mal. So. Scheiße. Äh. Hier hin. Dahin. Dahin. So, jetzt können wir drauf. Du bist der mit dem stärkeren Waffe. Hello, ladies. I'm here. In one hand a micro. Oh, nein. Oh, verdammt. Geil. So, die ist weg. Boah, die frisst aber ganz schön, ey. Ah, ich probier nochmal. Die läuft immer an die vor. Nein, du blöde Kug. Oh, nein. Habe ich die Leiter kaputt geschossen? Bist du tot? Ja, nee, nee. Alles gut. Ich habe sie im Runterfallen erwischt. Also das war jetzt erstmal kündig. Ich glaube, ich habe dir die Leiter unter dem Arsch wer geschossen. Das sollte mir natürlich leid tun. Mhm. Schämt. Warte, die ist vorne reingekommen. Ach, du Schande. Hast du... Woodframes, genau. Warte, ich werde schnell auf. Ja, ich werde eben dicht. Schnell hier die Teile looten. Ei, 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 ei. Okay, da war ein Buch. Was ist das? Was ist das? Ach, Partner. Partnerring. Wieso habe ich denn kein Licht mehr? Ich glaube, ich habe von dem meinen guten Helm gescrabbt. Mein Leuchte-Kaube-Helm. Hast du vielleicht noch einen Kaube-Hood mit LED-Leuchte drin? Nein. Oh, da habe ich... Eben habe ich Bücher zwei gefunden. Und noch ein drittes Buch. Oh, ich auch. Warte. Warte, warte, warte. Shotguns. LSAT-Schematik. Chemistry. Verdammt, ist das Quatsch, oder? Weiß ich gar nicht, dass so Quatsch ist. Also Pistols plus eins ist ja, würde ich mal sagen, ist Nonsens. Ja, ja, das Ganze... Das Ganze ist ja. Und dann habe ich Scavenging. Das ist auch Quatsch. Ja. Aber die Chemistry for Dummies finde ich komisch. Ich lese das mal, komm. Mhm. Ja, ich habe von dem falschen Kaube-Hood gescrabbt. Ich habe nämlich einen gefunden und dachte, ah, ein zweiter Kaube-Hood. Hm. Und jetzt ist mir mal aufgegangen, dass das der Gute war. Wenn ich mal so überlege, Vanilla oder auch War of the Walk, was wir da an Minibike-Büchern hatten und hier noch kein einziges nach... Welche Folge ist das jetzt? 70, glaube ich, ne? Müsste Folge 70 sein und, äh, puh. Du meinst jetzt nicht, wie wir vorankommen? Ja, dass wir noch kein Minibike gefunden haben, halt. Das ist so... Hm. Komisch. Vielleicht gibt es das Minibike nicht. Muss es geben. Also die Teile gibt es ja. Okay, hier geht es raus. Da will ich nicht hin. Wir können uns durch die Wand schlagen. Wollen wir mal hier drüber, wo er knurrt, oder? Lass uns das hier aufmachen. Warte. Äh, Moment, Moment. Cooler. Das ist schlecht. Okay, eins drüben. Mach hier auf. Eins links davon. Wand. Wand ist gut. Wand ist gut. Warte, dann nehme ich die... Ach, was? Die wollte ich nicht nehmen. Schieß die Wand kaputt. Nee, der wechselt... Der hat so langsam gewechselt, dass ich die Waffen noch in der Hand hatte. Filthy mess habe ich. Ich will mich aber nicht waschen. Ich habe auch 19 Minuten, aber da brauche ich ein Handtuch. Beziehungsweise ein Bottel Wasser, glaube ich. Wollen wir reinlucken? Oh, ja, da macht jemand einen Terror. Warte, warte. Ey, mach die Kieschen nicht kaputt, du Arsch. Schlag schon mal unten drauf. Mhm, der macht da hinten die Kiste kaputt. Das ist hier nicht, äh... Komm, wir gehen hier durch. Ah, das ist Holz. Okay, das geht schneller natürlich. So, und der ist hier schön. Ja. Komm weg da. Arsch. Na komm, na komm. Boah, er war aber knapp am Kopf vorbei. Ist überhaupt nicht laut, die Waffe, ne? Was? Was? Ich habe meinen Arsch geschossen. Mann. Geh weg von der Kiste. Mach die Kiste nicht platt. Digi. Digi. Schieß dir den Fuß. Schieß mal neben die Wand. Das interessiert nicht. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Ja, komm, lass uns den, den, den Loot-Container hier, das Kabinett wegschlagen und weiter. Okay, jetzt. Du Honk. Hast du ihn? One-Shot, one-Opportunity und ich honk voll daneben her. Oh. Da, endlich. Boah, die Kiste fast kaputt. Also ich ist noch lockt. Sehr gut. Hat dann sozusagen ein bisschen Arbeit abgenommen. Und es war nichts drin. Ein Buch. Was habe ich da? Scavenging schon wieder und immer zum Anmalen. Blödsinn. Ähm, warum taugten die Aktien für nix? Na, was sind denn diese komischen Kisten, die so irgendwie mehr haben? Die sind ganz schön schabier, gell? Keiner. Vorsicht. Autschen. Komm raus, wo es hell ist. Ich habe kein Licht, das ist mein Problem. Ich sehe die nicht. Oder nicht gut. Der steht wieder in der Ecke. Oh, ich habe einen Stuhl kaputt gemacht. Ich habe ihn kaputt gemacht. Du hast ihn kaputt gemacht, das ist auch gut. Wo kommt der denn her? Ach, hier aus der Tür. Okay, mache ich den mal zu. Jo. Könnte besser sein. Hier ist übrigens noch ein Tresor. Ja, dann holen wir uns gleich. Nehmen einmal die Kiste auf. Dann schlage ich da schon mal drauf ein. Mal den gucken. Boah, ich habe, ich muss mich mal eben irgendwie... Ach, komm. Ich brauche unbedingt, also wenn du einen Helm findest, ne? Ja, ja, ich sage sofort Bescheid. Ich habe mir eine Mütze gefunden. Man kann ja auch irgendwelche Taschenlampen in die... Oh, ich habe eine Byte, Marc. Hast du eine Heilbandage zufällig dabei? Ähm, jo. Warte ich vorhin zumindest. Warte. Inventarübersicht hier. Bitte schön. Danke. Ammoboxen. Ich habe hier eine Skullcap, aber ich glaube nicht, dass da eine Lampe drin ist, ne? Ähm, kannst du mal werfen. Du, 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 du. So, gucken wir mal hier rein. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Nein. Nee, okay. Nee. Fernseh-Tickli-Tickli-Tickli-Toilet. Als du eben noch hier gestanden hast, war noch ein bisschen Licht da. Ach ja, Entschuldigung. Nee, 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 das ist kein Verwurf gewesen, um Gottes Willen. Ich brauche nur, ich ärgere mich, dass ich diesen... Dass ich diesen Cowboy-Hut gescrappt habe, ich Profi. Mhm. Ich hole mir eben die Pillenregale durch. Weil Pillen sind ja auch immer gerne genommen, ne? Also ich kann ohne, ne? Ja, ja. Nein, nicht. Ich wundere, dass du noch nicht hier bist und alles, äh, auseinandernehmst. Guck mal, ein Splint. Alles, was das Video geht. Geh mal in die Hocke für die Zuschauer. Ein Messi. Warte mal, habe ich da nicht irgendwie, konnte ich nicht irgendwie was... Taul, aber muss ich ja was herstellen. Genau, ein Taul. Ich bin auch Messi, doch eigentlich nur für 42. Hast du zu welchem Wasser? Bottle of Water dabei. Und das bringt oder was? Gegen Messie? Ja, genau. Ich brauche nur Wasser, aber ein Handtuch crafte ich gerade. Ach so, okay. Ja, ich schmeiße dir 20 Stück hin. Jetzt. Weil dann kann ich nämlich aus dem... Mit dem Handtuch kann ich mich da mal schnell waschen, weil ich war schon wieder im Dreck gewühlt. Das ist ja auch nicht schön. Ich bin auch total Messie. Kannst du mir auch noch ein Tuch machen? Wie macht man das denn? Ja, den mache ich. Einfach aus Stoff. Ich crafte dir... Oh, Twine brauche ich noch eins. Mir fehlt ein Twine, um... Ähm... Kannst du selber machen. Ich gebe dir Twine hier, bitte schön. Sechs Stück. Die ich jetzt nicht... Alles klar. Kraft. Hauptsache, ich habe einen Kochlöffel dabei. Dauert noch 50 Sekunden. Oh, ein Königreich für eine Fackel oder sowas. Das bisschen kommt ihr durch? Ich bin nicht durch, ja. Komplett? Das können wir mal eben gucken. Hier ist doch eine Tür. Klo warst du auch schon durch. Cooler hast du auch komplett. Schade. Schade. Die ganzen Pillen. Ja, aber die Pillen brauchst du. Ich habe alles. Ja, ja. Was brauchst du? Was willst du? Er hat die Pillen. Er hat die Pillen. Ähm, wenn du... Ähm... Ein Cloth-Fragment für mich hast, dann werde ich eine Fackel machen. Ja, dann müsste ich das doch auch machen können. Ich würde mal hier was siehst. Torch. Torch. Achso, da brauchst du Animal Fat und so weiter dazu. Ja, warte, da kann ich zu trocken. Weil ich habe jetzt... Ich bin noch am Craften zerlegen. Was ja gesagt. Wie viel? Eins, gell? Ja, ein, zwei. Eine Fackel, ein Ding. Okay, kommt. Ist da mal eine Schlange 15 Sekunden? Ja gut, ich habe auch... Ähm... Die beiden Handtücher gehen jetzt durch. Das sind nochmal 11 Sekunden. Dann mache ich da ein Wet Towel drin. Dann können wir uns erstmal waschen, ne? Unter den Armen auch mal waschen. Ja. Nach der ganzen Zeit. Oh, ich bin infiziert schon. Na dann. Oh, das ist schlecht. Oh nein, das ist das Superstabile, oder? Ja. Komm, eins oben drüber. Warte, warte, warte. Genau. Okay, jetzt. Das tut mir nur egal. Da liegt jemand. Da liegt jemand. Warte mal. Da, ich sehe den Kopf. Und ich schieße voll daneben. Leider sehe ich nichts. Liegen die da auf der Theke rum? Ja, aber irgendwie... ...treffe ich sie nicht. Jetzt. Hängt so ein bisschen durch, ne? Sieht aber geil aus. Bleibt mal. Oh Mann, komm, schnell die andere weg. Ich will einen Screenshot machen. Echt auch. Sehr gut. Da hängt nämlich so geile über den Tisch. Ja. Bisschen zu heftig gefeiert. So sah ich am Samstag aus. Warte mal, leucht nochmal hin. Ich sehe es nicht. Achso. Licht. Ja. Nochmal ein bisschen zu mir. Ja, nee, wird irgendwie nichts besser. Ich glaube, das liegt daran, weil du so weit weg, äh, so nah dran stehst. Jetzt hör auf, mit dir zu spielen. Oh. Dies hat sich zerlegt. Entschuldigung, Mutti. So, irgendwo ist doch hier noch was drin, oder? Nee, ich glaube, hinter der Tür hier. Achso, Handtuch? Handtuch? Oder bist du jetzt schon... Ach nee, ich bin schon infiziert. Aber du bist jetzt auch nicht mehr Messi? Nö. Infektion eine Stunde fünf. Das ist das... Sorry, da war ich ein bisschen hier... ...über Stühle rum. Ich muss... I must resist. Du musst, du musst, äh, Stühle sammeln. I must resist. Warte mal, ich, äh, hab hier was für dich. Ja. Fackel liegt. Äh, jetzt habe ich einen Stuhl aufgenommen. Oh, besser. Du hast die Toilette gar nicht gelootet. Oh, ich habe das gelootet. Echt nicht? Hm. Ja, das ist schon besser. Jetzt sehe ich wenigstens was und die Zuschauer auch. Gut, ich hätte es auch gar mal hochstellen können. Oh. War noch eine. Na, Mutti? Schön in den Schritt. Na toll. Nicht monetarisieren. Nö, ich geh zurück. Diesmal schaffen wir es früher, denn wir sind am Ende einer Folge von Rabenhorst. Diesmal schaffen wir es auch mal rechtzeitig abzustoppen hier. Wir sehen uns morgen wieder. Und Hashtag für diese Folge ist... ...nasses Handtuch. Oder Handtuch. Ja. Handtuch wedelt in der Sauna. Ist auch eine schöne Sache. Ja, ja. Und da bitzelt er. Oder sie. Ja. Oder wie auch immer. Bis morgen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.